Hast du im Moment eine schwierige Lebenssituation, dann probiere es doch einmal zu lösen mit den Krafttieren. Viele von euch haben diese wunderschönen Energien gar nicht so auf dem Schirm, aber du kannst sehr, sehr gut arbeiten mit Krafttieren. Die alten Schamanen in anderen Zeiten haben das schon immer gewusst und ich möchte dir das jetzt auch mal ans Herz legen. Schließe ein paar Minuten deine Augen, geh mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz und bitte darum, dass sich die Krafttiere zeigen. Es ist dann so, dass du ein inneres Gefühl bekommst, vielleicht bekommst du irgendeine Idee in deinem Kopf, welches Tier das sein könnte. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Tiere, du kannst auch mehrere Krafttiere haben und dann bitte diese Krafttiere, die sich dir zeigen oder die dir in den Sinn kommen, dass sie dir helfen, diese schwierige Situation zu meistern. Und du wirst sehen, dass auf magische Weise Dinge sich auf einmal ins Positive verändern durch die Kraft und die Verbindung mit deinen Krafttieren, die dir auch genauso wie Lichtwesen sehr, sehr gut helfen können, Probleme zu bewältigen. Probier es mal aus.